Liebe Zuschauer, liebe Episoden. Ich habe im Hintergrund schon mal das Lagerfeuer oder den Kamin eingeschürt und das Thema von heute ist nicht einfach, deswegen habe ich mir gedacht, ich schaffe hier eine freundliche Atmosphäre, wo man sich zurücklehnen kann, denn das, was ich heute erzähle, wird ziemlich heftig sein und ich würde mir wünschen, dass ihr euch was zum Trinken holt, euch irgendwie gemütlich hinsetzt oder euch hinlegt oder euch einfach entspannt irgendwie positioniert, um dem Ganzen zu lauschen. Vor der Erschaffung des Menschen lag die Erschaffung der Götter. Im ersten Schöpfungsakt wurde von der Göttin Namu, die das Urmeer darstellte, die Erdgöttin Uras und der Himmelsgott An erschaffen. Im weiteren Verlauf der Schöpfung folgt nun Vegetations- und Luftgott Enlil und seine Gemahlin Ninlil, die symbolisch für die Ernährung als Getreidegöttin verehrt wurde. Als weitere göttliche Nachkommen wurde der Kriegsgott Nergal und die Unterweltsgöttin Eris Kigal sowie die Göttin des Schilfes Ningal und der Mondgott Nana erschaffen. Ningal und Nana gelten als Elternpaar des Sonnengottes Utu, der Fruchtbarkeitsgöttin Inana und Nusku, dem Feuergott. Dies war nur ein kleiner Auszug aus der sumerischen Religion, die als erste schriftlich fassbare Religion der Region Mesopotamiens diente. In den letzten Jahrzehnten wurden im alten Mesopotamien, welches wir jetzt als Irak kennen, tausende alter sumerischer Texte entdeckt. Ihre Übersetzungen von angesehenen Gelehrten und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt haben eine unglaublich detaillierte wissenschaftliche Darstellung der biblischen Schöpfungsgeschichte ergeben. Vor allem, es ist überhaupt nicht das, was sie erwartet haben. In den 1960er Jahren präsentierte Autor Erich von Däniken die radikale Prämisse, dass die in den Geschichten der Bibel erwähnten Götter und Engel tatsächlich alte Astronauten waren, die falsch übersetzt wurden. Es werden immer wieder neue archäologische Entdeckungen gemacht und präsentiert, die nicht nur diese Prämisse stärken, sondern auch neue Beweise liefern, die die unglaublichsten Antworten auf viele der tiefsten Fragen der Menschheit liefern. Fragen wie zum Beispiel, wer bin ich, woher komme ich und warum bin ich überhaupt hier. Und diesmal bringt diese kollektive Informationswelle gelehrte Wissenschaftler und Archäologen mit sich, die seltsame, aber überzeugende Beweise liefern. Uns wurde zuerst gesagt, dass die hebräische Bibel, das alte Testament, in der Zeit von etwa 1300 v. Chr. bis 300 v. Chr. direkt von Gott kam. Daher begann es vor ungefähr 3300 Jahren und wurde ungefähr 1000 Jahre später abgeschlossen. Als nächstes erfuhren wir, dass die griechische Bibel aus der hebräischen Bibel kopiert wurde. Und dann kam die Entdeckung, dass die hebräische Bibel aus der sumerischen Bibel kopiert wurde. Sumerisch war die allererste geschriebene Sprache, die jemals existiert hat. Wer auch immer die Übersetzer der späteren Bibel waren, sie haben sicherlich eine unglaubliche Menge sehr wichtiger Informationen ausgelassen. Und so erstaunlich die Übersetzungen auch scheinen mögen, sie beginnen schon jetzt, sowohl logisch als auch wissenschaftlich sinnvoll zu sein. Das Buch Genesis und die hebräische Bibel basieren auf der sumerischen Schöpfungsgeschichte. Seit mindestens 2000 Jahren durchsuchen hebräische Numerologen und Studenten der Kabbalah das alte Testament nach Gottes großem Kot. Ein Originalmanuskript eines seltenen kabbalistischen Textes, der Sefer Yetzirah, ist auch als Buch der Schöpfung bekannt. Es ist das älteste Buch in der hebräischen okkulten Tradition. Es beschreibt, wie Gott das Universum und alle Lebewesen mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets erschuf. Kürzlich wurde entdeckt, dass die 22 Buchstaben, die 22 Aminosäuren darstellen, die als Bausteine der menschlichen DNA verwendet werden. Das Geheimnis der Erschaffung der Menschheit war die DNA-Manipulation durch die Götter. Woher wussten die Sumerer vor über 5000 Jahren von menschlicher DNA? Jetzt sagen unsere gesammelten Wissensmengen auf bemerkenswerte Weise aus, dass diese Schriften wissenschaftlich fundiert, authentisch, uninhaltlich nachweisbar sind. Das alte Testament basierte auf sumerischen Texten aus der Zeit vor 4000 bis 5000 Jahren. Es gibt buchstäblich tausende dieser wiederhergestellten Aufzeichnungen, die noch auf ihre Übersetzungen warten. Sie erzählen uns alles, was mit dem Leben in dieser Zeit zu tun hat, von Verkaufsbelegen, über Familienangelegenheiten bis hin zu ihrer Schöpfungsgeschichte. Es ist eine Geschichte, die deutlich zeigt, dass unsere modernen Bibelgeschichten direkt von diesen alten Texten abstammen. Und dass in den Bibelgeschichten, die uns allen beigebracht wurden, noch viel mehr drin steckt. So verrückt dies vielleicht auch für die eine oder den anderen gerade eben klingen mag, so steht es geschrieben. Die hebräische Bibel sagt, dass die Erschaffung von Adam und Eva der Anfang war. Es gibt detaillierte Aufzeichnungen aller Generationen von Adam bis zu Jesus und diese Aufzeichnungen geben an, wie alt jede Person war, als sie ihre Kinder bekamen. Wenn man also die Daten in der Bibel zusammenzählt, zeigt dies deutlich, dass die Erde, von der sie erzählen, etwas älter als 6000 Jahre sein muss. Die sumerische Version enthält die Geburt des Universums und schätzt diese vor über 13,7 Milliarden Jahren ein. Unsere Wissenschaftler schätzen dies sogar als das ungefähre Alter unseres Universums ein. Das Alter des Universums ist aufgrund von Präzisionsmessungen durch das Weltraumteleskop Planck sehr genau gemessen worden und ergab 13,81 plus minus 0,004 Milliarden Jahre. Eine frühere Ermittlung des Alters durch den Satelliten WMAP ergab das etwas ungenaure Ergebnis von 13,7 Milliarden Jahren. Wie konnten die Sumerer dies möglicherweise tausende von Jahren vorher schon wissen, bevor unsere Bibel überhaupt geschrieben wurde? Und sie geben deutlich an, dass dies ihnen von denen, die vom Himmel auf die Erde kamen, also dem Anunnaki, gesagt wurde. Die sumerische Schöpfungsgeschichte beginnt vor über 4,5 Milliarden Jahren, als die ursprüngliche Erde, Tiamat, mit einem großen Himmelskörper, Maduk, kollidierte, der unseren Mond bildete. Die heutige Wissenschaft, die schätzt, dass dieses Ereignis vor etwa 4,5 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Wie konnte das möglicherweise vor 4.000 bis 5.000 Jahren geschrieben worden sein? Woher kannten sie alle Planeten in unserem Sonnensystem, einschließlich Maduk und Tiamat? Die Planetenriesen schlugen sich in einem Winkel, wobei die gesamte Landmasse auf einer Seite des Planeten, bekannt als Pangea, zurückblieb, während auf der anderen Seite eine große Lücke mit den Ozeanen zurückblieb. Über hunderte von Millionen von Jahren spaltete sich Pangea langsam in die sieben Kontinente, die wir heute kennen, ab. Genau das, was unsere heutige Wissenschaft auch sagt. Wie konnte dies in der Vergangenheit, also vor 4 bis 5 Jahrtausenden, geschrieben worden sein? Die moderne Wissenschaft kannte bis vor etwa 100 Jahren noch nicht einmal alle Planeten in unserem Sonnensystem. Die sumerische Schöpfungsgeschichte enthält Beschreibungen des Lebens auf einem Planeten in unserem Sonnensystem, den wir noch nicht entdeckt haben. Sein Name ist Nibiru. Er hat eine ovale Umlaufbahn, die 3600 Jahre braucht, um sich um unsere Sonne zu bewegen. Vor etwa 500.000 Jahren wurde die Atmosphäre auf Nibiru durch eine katastrophale himmlische Katastrophe stark beschädigt und beeinträchtigt. Und diejenigen, die dort lebten, mussten einen Weg finden, sie zu reparieren, um zu überleben. Sie wussten, dass dieser Schaden behoben werden konnte, indem genügend Gase und Staub in ihre Atmosphäre zurückgebracht wird. Das Metall, das bei Weitem am besten für diesen Zweck geeignet war, war Gold, da keine andere Substanz zu so einem feinen Pulver pulverisiert werden kann, um in der Atmosphäre zu bleiben. Es ist auch chemisch inert und lässt sich nicht mit anderen Substanzen kombinieren. Es ist interessant festzustellen, dass die NASA Anfang der 70er Jahre eine Sonde startete, die nach außerirdischem Leben suchen sollte und diese enthielt eine goldene Scheibe, die die Erde und viele ihrer Merkmale einschließlich der Menschheit beinhaltete. Und es wird geschätzt, dass diese Goldscheibe eine Lebensdauer von 2 bis 4 Milliarden Jahren haben wird. Gold war auf Nibero äußerst selten, aber sie hatten eine bemerkenswerte Technologie und konnten das Sonnensystem nach dem Vorhandensein von Gold scannen. Sie fanden es zuerst im Asteroidengürtel und versuchten es dort abzubauen. Sie haben viele Astronauten und Raumschiffe verloren und ihre Bemühungen waren zum Scheitern verurteilt. Der Anführer der Astronauten, Anu, suchte erneut das Sonnensystem nach Gold ab und erhielt Messwerte von unserer Erde. Er ist vor ungefähr 445.000 Jahren auf unserem Planeten gelandet. Und ihre Geschichte über die Reise zur Erde ist wirklich bemerkenswert. Die Beschreibung, die Erde zum ersten Mal aus der Nähe zu sehen, sind wirklich atemberaubend. Wenn Sie zum ersten Mal die Erde sehen, wie die Details der Erde, dass die aus der Dunkelheit des Weltraums hervorgeht, beschreiben Sie das Ganze so wie eine weiße Oberseite und eine weiße Unterseite mit Blau in der Mitte, wodurch die Arktis und die Antarktis eindeutig mit den Ozeanen und die gemäßigte Zone beschrieben wurde. Nahezu jede Facette unserer wissenschaftlichen Gemeinschaft hat lange darauf bestanden, dass ein solcher Planet wie unsere Erde allein aufgrund der Gesetze der Physik eigentlich unmöglich ist und eigentlich gar nicht in unserem Sonnensystem existieren dürfte. Und der neue Planet, der wird auf ungefähr das Zehnfache der Masse der Erde geschätzt und er wurde von Astronomen noch nicht gesehen. Das Jet Propulsion Laboratory gibt an, dass seine Existenz aufgrund der Gravitationsschwankungen, die es auf die äußeren Planeten unseres Sonnensystems ausübt, absolut identifiziert wurde. Auf diese Weise wurde auch Jupiter vor etwas mehr als 100 Jahren entdeckt. Aber woher wussten die alten Sumerer von der Existenz von Nibiru? Die sumerische Schöpfungsgeschichte besagt, dass es auf der Erde viel Gold gab und die Anunnaki dann begann, es aus dem Ozean abzubauen. Das war aber zu langsam. Sie erkannten, dass sie Gold aus der Erde holen mussten, um die großen Mengen zu halten, die sie brauchten. Sie brachten 50 weitere Astronomen aus Nibiru mit, um bei den Bergbauarbeiten zu helfen. Sie gründeten eine Basis auf dem Mars, um Gold zu lagern, das auf dem Versand nach Nibiru wartete. Der Grund für diese Basis war, dass die Anziehungskraft auf dem Mars signifikant geringer ist als auf der Erde. Der Versand vom Mars spart natürlich viel Zeit und Energie. Und da muss ich schon wieder die Frage stellen, woher haben die Sumerer gewusst, dass die Gravitationskraft auf dem Mars viel geringer als auf der Erde ist? Jedenfalls diejenigen, die auf dem Mars stationiert waren, hassten es dort zu arbeiten, und rebellierten schließlich. Einer der außerirdischen Herrscher, Enki, beschloss durch DNA-Manipulationen, eine Klasse von Arbeiterwesen zu schaffen. Er wählte eine existierende Art von Hominiden auf unserer Erde, die das Potential zum Erfolg hatten. Sie schufen ein Brutgebiet, das als Idin bekannt ist, und hier haben sie eine völlig neue Art erschaffen, die speziell für den Goldabbau entwickelt wurde. Sie kombinierten also Hominide DNA mit ihrer eigenen DNA und das Ergebnis war der Beginn unserer Menschheit. Die DNA-Stellung war erfolgreich, aber die neuen Wesen waren hybriden, also steril, und konnten sich nicht reproduzieren. Nach mehreren Misserfolgen waren sie schließlich erfolgreich, und die neue Rasse wurde Adamu genannt, die wirklich ersten Menschen. Ihre Zahlen vervielfachten sich unheimlich schnell, das sagt die ursprüngliche Bibel. Unsere moderne Bibel wurde zwar aus dieser Bibel kopiert, aber warum fehlen all diese Informationen? Was gab den Herausgebern unserer Bibel das Recht, dieses Wissen vor uns Menschen zu verbergen? Wie schon gesagt, dies, was ich euch hier erzähle, ist nur ein winziger Teil der sumerischen Schöpfungsgeschichte, und sie wurde vor fast 5000 Jahren in Stein gemeißelt. Wie können all diese Wörter möglicherweise erklärt werden? Es ist unmöglich, die Existenz dieser Schriften zu leugnen. Sie existieren, sie sind authentisch, und sie wurden von zahlreichen Gelehrten übersetzt. Eine Aufgabe, die drei Jahrzehnte gedauert hat, und das ist es, was sie klar aussagen. Und wie ihr euch denken könnt, ist es sicherlich nicht das, was Religionen und Regierungen gerne hören wollen. Die sumerische Bibel enthüllt sogar die Ursache der großen Flut. Wir wurden zu der Überzeugung gebracht, dass die Flut auf den Zorn Gottes über die Verfehlungen der Menschheit zurückzuführen ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Sumerer erklären, dass vor ungefähr 12.000 Jahren, als ihr Planet unser Sonnensystem durchquerte, eine so große Gravitationskraft auf die Erde ausgeübte, dass das Eisschelf der Antarktis zusammenbrach und in den Ozean rutschte. Wie konnten sie überhaupt wissen, dass es in der Antarktis eine Eiskappe gab? Es wurde festgestellt, dass die außerirdischen Götter, also die Anunnaki, dieses Klimaereignis nicht verursachten, aber sie hätten es verhindern können. Sie entschieden sich, nicht einzugreifen, weil die Menschheit zu diesem Zeitpunkt sich so weit vermehrt hatte und außer Kontrolle war und somit in einer solchen Unordnung sich befand, dass sie beschlossen, sie alle sterben zu lassen, um dann neu zu beginnen. Und das war Enki, also der Arzt oder Wissenschaftler, der Schöpfer der Menschheit, der Tzio Sutra vor der kommenden Flut warnte. Und dieser Tzio Sutra war ein Typ, der einige tausend Jahre später in Noah umbenannt wurde. Ihm wurde nämlich gesagt, dass er und seine ganze Familie DNA-Proben aller Arten von Tieren und Pflanzen sammeln sollte, um sie für das Leben nach der Flut zu erhalten. Und die Geschichte wird noch viel fantastischer, aber das würde den Rahmen meiner heutigen Folge sprengen und zum anderen sind dies auch sehr persönliche Informationen, die ich an euch weitergebe, die ich mir selber lernen musste. Wenn euch das Thema dennoch interessiert, kann ich euch Autoren und Wissenschaftler wie Zetscheria Sitchin und Michael Tellinger nennen, die noch genauere und detaillierte Berichte verfasst haben. Das Gute an der Wissenschaft ist, dass sie die Wahrheit durch Entdeckung und Beweis sucht. Religion sucht blinden Gehorsam. Die Religion macht unbegründete Behauptungen, denen es an Logik mangelt und fordert dann unter Androhung, dass alle Anhänger ihnen glauben müssen. Dies fördert natürlich die Spiritualität in keiner Weise. Es unterdrückt Wahrheiten, die für die Menschheit und alle Arten und Wesen auf der Erde von großem Nutzen sein könnten. Wenn diese Informationen irgendwann allgemein akzeptiert werden würden, dann könnten die uns bekannten Religionen, denke ich mal, leicht zusammenbrechen. Und es ist wirklich erstaunlich, dass wir als globale Gesellschaft unser tägliches Leben ohne Rücksicht auf tatsächlich existierendes außerirdisches Leben führen. Die Beweise sind doch fast überall. Und die Medien präsentieren es als was wäre wenn und nicht als es ist. Und die Welt scheint mit dieser weltweiten Ablehnung einverstanden zu sein. Umso mehr habe ich mich gefreut, als Archäologen die Ruinen von Göbekli Tepe entdeckt haben. Und es ist in der Zwischenzeit wissenschaftlich erwiesen, dass das Alter zwischen 11.000 und 12.000 Jahren liegt. Die älteste menschliche Gesellschaft, die jemals auf der Erde entdeckt wurde. Also weitere 6.000 Jahre älter als die sumerische Bibel. Und es wurde vor der großen Flut gebaut und sorgfältig in Sand und Erde wieder eingegraben, um von denen, die wussten, dass ein solches Ereignis kommen würde, vor der großen Flut gerettet zu werden. Und obwohl diese Gesellschaft keine geschriebene Sprache hatte, hatten sie Bilder in Steinen gemeißelt und sie hatten Statuen und Symbole. Diese Statuen besitzen Schnitzereien der Doppelhelix, einer Darstellung des DNA-Moleküls. Und dazu gehören auch Statuen von Köpfen, die riesige Augen haben, etwas dreikig geformt sind und unheimlich den Köpfen von Kreaturen ähneln, die wir als Grace kennengelernt haben. Sie drücken klar die Geschichte der Götter aus, die in Raumschiffen auf die Erde kamen und durch DNA-Manipulationen die Menschheit als Sklavenart schufen, um Gold abzubauen. Sie beschrieben ihren Planeten und diese Götter waren eindeutig die Anunnaki. Kann es sein, dass Göbekli Tepe der Edin war, in dem sie die ersten Menschen konstruierten, also die Adamu? Ich bin nur ein normaler Mensch und kann es euch nicht beweisen, ob das alles stimmt, was ich euch gerade erzählt habe, denn das, was ich euch gerade gesagt habe, unterscheidet sich so radikal von dem, was uns beigebracht wurde. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass diese Informationen vorhanden sind. Sie sind authentisch und sie sind aus wissenschaftlicher Sicht untersucht worden. Ich hoffe, dass dieses in Stein geschlagene Wissen eine neue Welle der Spiritualität in der Menschheit wecken wird. Dieses soll sich aus Wissen bedienen und nicht aus organisierter, voreingenommener Religion. Ich hoffe, dass dies von Büchern angetrieben wird, wie zum Beispiel das von Dr. Martin Swidman, welches ich auch in meinem Amazon-Links empfehle. Also Bücher, die aufklären und Informationen verändern können. So, ich hoffe, euch geht es gut und lasst es mal auf euch auf der Zunge zergehen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch was und wir hören uns bei der nächsten Folge. Also, macht es gut, euer Peso. Servus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020